Keine Lust auf Modeeinheitsbrei, kein Bock auf Fast Fashion, kein Bock auf Mainstream. Dann seid ihr genau richtig hier in meinem Slow Fashion Kanal. Slow Fashion is it. Slow Fashion ist modern, nachhaltig, umweltschonend. Und heute zeige ich euch wunderbare Pullover aus recyceltem Kaschmir. Let's go! Hallo, hallo, hallo and welcome to the slow show. Hallo. Für alle, die mich noch nicht kennen und zum ersten Mal auf diesem Kanal sind, mein Name ist Anja Heidingsfelder. Ich bin Modedesignerin und Inhaberin von zwei Slow Fashion Brands. Das eine ist ein Fair Fashion Brand, so nenne ich das, und das andere, Reincarnation, ein Upcycling Brand. Heute geht es um wunderbare Kaschmir-Pullover von der Firma RIFO. Ich finde es einfach unglaublich, was die machen. Aus alten Bläsern, aus alten Pullovern, werden die Fasern neu gewonnen und neu versponnen und zu wunderbaren Pullovern, Hosen, Röcken etc. verarbeitet. Das ist immer wieder so ein Zeichen dafür, wie gut es gehen kann, abzucyceln, zu recyceln. Und wir wissen alle, das ist der Weg. Was anderes gibt es gar nicht. Das ist die Zukunft. Und wenn es dann noch so eine schöne, kuschelige Zukunft ist, perfekt. Wie immer verlinke ich euch die Modelle in der Infobox. Ihr braucht nur auf den Link zu klicken und kommt sofort dahin. Ich kombiniere das so ein bisschen mit Reincarnation, mit Heidingsfeldern. Aber das werdet ihr sehen, das blende ich ja immer ein. Von Reincarnation gehen immer drei Euro von jedem verkauften Modell nach Tansania, in das Kinderhilfswerk Human Dreams von Nicole Tava. Und jetzt fangen wir endlich an. Und jetzt fangen wir 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 an. So, jetzt kommt auch schon der letzte für heute. Es ist wahnsinnig warm. Die sind kuschelig weich. Man kann sie super auf der Haut tragen, auch auf der nackten Haut. Also es ist total angenehm. Und ich zeige, ich zeige euch, ich zeige euch. Und ich zeige euch jetzt nochmal die letzte Kombination. Alles Weitere verlinke ich euch wie gehabt. Und ich zeige euch, ich zeige euch, ich zeige euch, ich zeige euch. Und ich zeige euch, ich zeige euch. Und ich zeige euch, ich zeige euch, ich zeige euch. Ich zeige euch, ich zeige euch, ich zeige euch, ich zeige euch. Ich zeige euch, 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 ich zeige euch. Und wenn ihr Fragen habt, einfach unten in die Infobox schreiben oder an meine Kontaktadresse info-erteilungsfelder.co. Es gibt sie in unterschiedlichen Farbstellungen. Eine Farbe habe ich euch vorenthalten. Vielleicht ziehe ich die gleich nochmal an, aber es ist so warm. Ja komm, jetzt nicht schwächeln, den hauen wir jetzt eben noch dazwischen. Die gibt es alle in unterschiedlichen Größen. Ich habe auch unterschiedliche Größen anprobiert. Ich versuche das so ein bisschen nachzuvollziehen und schreibe es euch in die Infobox oder neben das Modell, welche Größe ich anhatte. Die verändern sich natürlich in der Größe nicht so wahnsinnig wesentlich, aber in der Länge. Sowohl in der Körperlänge als auch in der Ärmellänge. Das ist jetzt zum Beispiel Größe S. Warm und leicht. So, passt auf euch auf, habt eine gute Woche. Take good care, get a sun injection, be good to the others and be good to yourself and have fun. Ciao. Yeah